Hi, mein Name ist Juri und das ist der Beginner Cajon Kurs. In diesem Kurs lernst du wie man erste Grooves und Fill-Ins auf der Cajon spielt. Der Kurs ist für Anfänger ausgelegt und die Grooves haben immer einen Bezug zum Drumset, von dem ich als Schlagzeuger-Fieldbeats auf die Cajon praktisch übersetzt habe. Mit dabei ist ein PDF mit den Notationen und ganz ganz vielen bekannten Songbeispielen. Dann hoffentlich bis bald und viel Spaß beim Kurs.